Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rückkehr zu Obadai anzunehmen bei Sedais Leichnam auf der Höhlenfeuerhalbinsel an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Vor Quest war die Suche nach Sedai. Ich nehme die Quest auf, auf dem Patch Stand 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch in BC Classic funktionieren. Das Ganze geht jetzt ziemlich flott, man muss auch keine Gegner bekämpfen, zumindest wenn man nicht will. Wenn man will kann man ja zu diesen Knochen laufen, das sind Gegner, die allerdings nicht zu Quest gehören. Lange Rede kurzer Sinn, Quest ist abzugeben bei Anahoret Obadai auf der Höhlenfeuerhalbinsel an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Eventuell besucht ihr mich auch da. Eizocke Ende